Jetzt ist Robot Boy wieder an der Reihe. Und danach geht's weiter mit den Cramp Twins. Jetzt kommt die Werbung. Das war die Werbung. Wie ihr alle wisst, bestehe ich der beste und gutaussehendste Feenlandführer Adelbert B. Lupus auf ein spaßfreies Camp. Wo unterhaltsame Wassersportarten gegen jede Campregel verstoßen. Und Spiele mit süßen, knuttligen Bären einfach nur auf meine Nerven gehen. Für den Fall, dass ihr kleinen Versager euch anderweitig unterhalten wollt, muss ich leider verkünden, dass jeglicher Abgrundspaß in meinem Camp dich geduldet wird. Und noch eine Sache für alle Schwachmaten da draußen. Wer denkt, dass er mir an die Quere gebraucht hat? Camp Laszlo. Montag bis Freitag, 18.45 Uhr. Nur bei Cartoon Network. Lieber Professor Mosch... ... ...